Ah, jetzt geht's da weiter. Der ist so süßer, wie die Geister sich bedanken. Ja, still. Ah, ich brauche wieder Aufladung. Okay. Das kann ich dann einfach wegnehmen. Interessant. Oh, die leuchten jetzt auch. Schön. So, erstmal wieder Aufladen. Was machen gerade die Stöcker da hinten? Ein bisschen windig da. Okay. Äh, da drüben. Wie kann ich da hoch? Ja. Hat mich auch gewundert. Gut, irgendwie muss ich da rauf kommen. Oh, der, 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 der zeigt mir, finde ich, zu schnell an, ähm, wo es lang geht. Ich weiß nicht, ob man das umstellen kann. Warte mal, da schaue ich mal kurz, einstellungen, ähm, Musik, äh, Standard, Bildschirm, Belohnungen, Steuerung. Oh, okay. Kann man nicht. Gut, egal. Oh, nein, ich bin ja gar nicht mehr aufgeladen. Verdammt, egal. Dann kann ich nochmal springen. Gut, egal. Okay. 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 Ah, jetzt ist das da drüben. Okay. Ja, ich hab's gesehen. Danke. wir müssen auch bald wieder bald wieder schluss machen hier würde ich halt dieses rätsel noch machen und dann gerade hat es schon gespeichert aber ich will noch ein dreh zu machen da drüben kann ich es wieder aufladen nein das war zu früh das war zu früh vollkopflandung ja so zeigst du es mir jetzt ich mag den stil von diesem spiel echt super gerne sieht alles so hübsch aus hallo so dann wo ist der geist den ich hätten sollen erlösen sollen ich habe so das gefühl dass ich hier irgendwas verpasst habe aber vielleicht auch nicht vielleicht muss ich ganz nach oben weil hier fängt der stab schon wieder an zu zu leuchten aber ich habe irgendwas hier verpasst wie komme ich hier ganz hoch vielleicht ist er da ich muss diese barriere weg machen und das wiederum heißt dass ich irgendwo ein feld finden muss wahrscheinlich ist das hier wo der weg hin führt ja ja wo nicht so weit er hat mich zu weit geschleudert verdammt warte da leuchtet es rot ist doch leid aber jetzt habe ich den den vorksfreund nicht ooooh ok ok ich habe es verstanden so wieso schon an der stelle an mich richtig weil egal ob ich vorwärts drücke oder nicht hm vielleicht muss ich zurückdrücken ok next try oder so nein 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 ja auch wenn ich zurückdrücke hm 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 dann kann ich ein bisschen weiter rechts springen eigentlich kann ich ja ok 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 so so müsste es eigentlich gehen so muss das gehen jetzt ja 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 nein ok ok jetzt mit wippe hoch entschuldigung wenn das hier jetzt nicht geht dann also aber es muss eigentlich gehen so jawoll ach das war knapp gut dann dann kann ich den nicht ah interessant ja ja ich habe mir schon gedacht dass ich nach da muss damaskus ich die ganze zeit mit dem stab im maul ok ah da oben bin ich ok da drüben kann ich mich wieder ausladen da drüben kann ich mich wieder ausladen ok ok zwar unter mir nicht nicht ja ok da muss ich jetzt hin also entweder von da also quasi von ne vielleicht von da oben warte mal ich probiere es einfach mal das geht gerade schneller als jetzt irgendwas anderes zu probieren vielleicht kann ich ja wirklich von hier runter springen na sehr gut ich weiß nicht ob das so geplant ist aber es hat geklappt was passiert ach komm ich weiß nicht warum das sehr gut ist aber es ist was passiert ach komm ach komm nein ja genau ganz genau so macht man das oh ich muss mich wieder aufladen äh die blumen waren hier da drüben ok also momentan äh also momentan gehen die ähm die rätsel noch aber ist ja erst Kapitel 2 oder so man soll ja nicht den Morgen vor den Abend loben was ich sehr gerne tue ok ok was passiert jetzt yes oder doch heißt das dass ich die jetzt aufladen kann warte mal apropos aufladen aber könnte sein dass ich das jetzt aufladen kann dann kann ich ja da hinten wahrscheinlich hin wo es gerade rot leuchtet wo ich immer äh äh Pollenallergie bekomme soo 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 ok wo war der da war der genau oh nein jetzt muss ich da wieder hinspringen ja ich hätte ich bin zu weit gesprungen und deswegen muss ich alles normal von vorne machen also ja das war zu weit links aber ganz klar gut dann noch mal wieso bin ich zu weit gesprungen nein 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 jawoll hey herrungenschaft spirit spirit park das ist mein mächtiger das ist die ein zahl von bellen das ist mächtiger bellos bellos maximus gut und jetzt wir müssen wieder aufladen ja aber ich will nicht das noch mal machen aber muss ich wahrscheinlich immer wahrscheinlich runter warte mal halt ist noch mal machen aber wozu soll das gut sein okay normal und bedrückt halten warte mal vielleicht kann ich das gegen die roten platzen machen vielleicht kann ich das gegen meine allergie einsetzen aber ich habe es zu weit weg gemacht okay aber es funktioniert ich kann mich gegen meine polne allergie ja sehr schön komm nur her du roter schein gut jetzt brauche ich noch mal eine aufladung aber cool das ist ja cool vielleicht geht dann der fels da oben weg dann können wir der seele dann auch helfen da geht es wahrscheinlich dann weiter aber ich will noch nicht weiter da wartet noch die eine seele drauf auf sein schluck ganz vorne oh vielleicht kann ich mit dem mit dem gebell sogar die steine bekommen muss ich mal ausprobieren wenn nicht dann weiß ich ehrlich gesagt nicht wie ich da hin ich glaube der ist ja der ist dahinter mal probieren ja ja nee ich muss irgendwie hier hinten hin wie komme ich da hoch ja 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 das ist jetzt das letzte oder das das rätsel so lange dauert ist ja klar für die anderen waren ziemlich schnell da ist er aber wie komme ich jetzt hier wieder hier hoch ja super wahrscheinlich ganz einfach wahrscheinlich wahrscheinlich ganz einfach vielleicht warte es geht auch jetzt bitte was da frei machen ja wohl dann wird es auch geschafft ja ich habe einen auf jaguar gemacht jetzt bekommst du deinen staff hier bist du von oben runtergefallen du armer gern gesehen jetzt aber weiter geht's ja dann haben wir bei den ersten wirklich zwei verpasst aber das ist deswegen arg viel zwei wo waren da denn noch welche hm komisch nebel schön schönes spiel gut dass ich es mir gekauft habe glaube ich irgendwie 20 euro oder so gekostet und das ist ja für so ein indie game echt äh das ist es echt wert also gut dann äh müssen wir leider ja es verlassen so 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 so